Hi, ich bin Sarah. Ich stehe hier gerade auf Coronado Island. Das ist eine vorgelagerte Insel von San Diego. Hier findet ihr nicht nur einen wunderschönen Strand, angeblich den schönsten in den ganzen USA, sondern ihr könnt euch auch abends einen atemberaubenden Sonnenuntergang anschauen. Ihr fahrt einfach nur über die Coronado Bridge vom Festland aus hier rüber und seid ganz schnell hier. Den Tag in San Diego beginnen würde ich im Stadtteil La Jolla. Dort könnt ihr zum Beispiel im Codys frühstücken, habt einen ganz tollen Blick aufs Meer und dort gibt es den aller allerbesten French Toast. Danach könnt ihr noch an der Strandpromenade entlang spazieren und Seelöwen beobachten. Und abends den Tag ausklingen lassen würde ich, nachdem ihr euch hier den Sonnenuntergang angeschaut habt, in Old Town. Dort unbedingt mexikanisch essen. Dort gibt es jede Menge Mexikaner. Dadurch, dass San Diego direkt an Mexiko grenzt, gibt es super viele mexikanische Restaurants. Dort könnt ihr euch einfach irgendeines auspicken und eigentlich überall lecker essen.